Herzlich Willkommen zum XXL Helden Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, deinen Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Hallo und herzlich Willkommen zurück beim XXL Helden Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und ich habe auch heute wirklich ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Thema dabei und zwar, warum Japaner so schlank sind. Es gibt ganz einfache Gründe, ich habe mir das mal genauer angeschaut, warum es in Japan so einfach ist, schlank zu bleiben. Und das, obwohl die Leute dort sehr, sehr viele Kohlenhydrate essen, natürlich sehr viel Reis. Und ja, du wirst also hier auch erfahren, warum es also eigentlich gar nicht an den Kohlenhydraten liegt. Ich finde das wirklich interessant. In Japan ist es wirklich eher die Ausnahme als die Regel, wenn man Übergewicht hat. Wenn man das mal vergleicht mit den USA. In Japan sind nur 3,5% der Bevölkerung übergewichtig, was extrem wenig ist. Und in den USA sind es 30%, also knapp jeder Dritte. Das hat mich schon immer interessiert. Ich habe mich schon immer gefragt, wie schaffen das die Japaner, die ganze Zeit und auch wirklich so eine große Masse an Menschen relativ schlank und gesund zu bleiben. Und da habe ich letztens dann einen Beitrag gesehen, der sich auch mal genau dieser Frage angenommen hat. Und es ist wirklich eigentlich ziemlich verblüffend einfach. Du wirst dir vermutlich gleich an den Kopf fassen und denken, ist ja eigentlich logisch. Aber das sind alles ein paar Prinzipien, die wir auch wirklich bei uns selber im Alltag anwenden können. Wir schauen uns also an, was die Menschen dafür wirklich selber aktiv tun, um so schlank zu bleiben. Aber auch, wie ihre Umwelt ihnen dabei hilft. Wir schauen uns zum Beispiel auch an, warum Reis vergleichsweise so gesund ist, obwohl er immer viel verschrien wird von wegen Arsen und simple Kohlenhydrate und so weiter. Aber bevor wir da lang drum herum reden, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Punkt 1 von 9 Punkten, warum es in Japan so einfach ist, schlank zu bleiben, ist, die Portionen sind kleiner. Man bekommt dort für das gleiche Geld weniger Essen. Ich würde aber eigentlich an sich gar nicht sagen, dass die Portionen dort unbedingt sehr viel kleiner sind. Aber vergleichsweise zu unseren Portionen sind sie etwas kleiner. Ich würde eher sagen, dass unsere Portionen zu groß sind, dass wir für zu wenig Geld zu viele Kalorien bekommen. Das sorgt dafür auch immer, dass, weil wir dann natürlich eine gewisse innere Verpflichtung verspüren, kein Essen wegschmeißen zu wollen und aufzuessen, dass wir dann auch über den Hunger etwas hinaus essen und dadurch natürlich auch zu viele Kalorien aufnehmen. In Japan ist das eher so, dass die Portionen, ich würde sagen, angemessen sind. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man einfach nur normal gesättigt ist, wenn man das Essen dann auch aufgegessen hat. Und dadurch bürgert sich auch so ein sehr viel normaleres Essverhalten ein, weil man nicht immer über seinen Hunger isst bzw. diese Verpflichtung verspürt, zu viele Kalorien aufzunehmen, weil man ja zu Ende essen möchte. Also Punkt Nummer 1, die Portionen sind kleiner, obwohl ich hier eher sagen würde, die Portionen sind angemessener. Punkt Nummer 2 ist, es gibt sehr viel grünen Tee. Du hast vielleicht auch schon mal gehört, dass grüner Tee an und für sich schon gesund ist, aber ich meine gerade, also nicht mal wirklich aus dem Grund bringe ich diesen Punkt hier an, sondern weil der grüne Tee in Japan eine sehr schöne Alternative zu diesen ganzen Softgetränken wie Cola, Fanta, Sprite und dergleichen ist. Grüner Tee hat natürlich gar keinen Zucker, ist super gesund, hat keine Kalorien und du kennst ja vielleicht meine Meinung zu diesen Softgetränken. Ich sage wirklich, das grenzt an Körperverletzungen und die sollten verboten werden. Und in Japan ist das so, dass es den grünen Tee nämlich sehr häufig in Restaurants umsonst dazu gibt. Das heißt, man hat quasi gar nicht mal die Möglichkeit oder das Verlangen, den Durst durch so ein zuckerhaltiges Softgetränk zu stillen. Und es gibt auch in Japan, das ist sogar sehr interessant, es gibt vergleichsweise sehr viel mehr Getränkeautomaten, die findet man dort wirklich an jeder Ecke. Und während diese Getränkeautomaten bei uns viel mit eben diesen Softdrinks und auch Energydrinks befüllt sind, ist das dort so, dass es vorrangig sehr viel Wasser und verschiedene zuckerfreie Teesorten sind. Und die zuckerhaltigen Softgetränke sind dort nur sehr einzeln in diesen Getränkeautomaten. Also zusammenfassend Punkt Nummer zwei, es gibt in Japan sehr viel grünen Tee, den man eigentlich überall an jeder Ecke bekommt und der ersetzt die zuckerhaltigen Softgetränke, die bei uns für so viel Übergewicht sorgen. Punkt Nummer drei, viel weißer Reis. Man sagt ja immer, die bösen Kohlenhydrate und die asiatische Ernährung ist definitiv nicht Low Carb. Warum essen die alle so viel Reis und sind trotzdem so gesund und so schlank? Weißer Reis ist, den esse ich nämlich auch sehr viel, überhaupt nicht böse. Die Kohlenhydrate machen auch überhaupt nichts aus, solange man seine Gesamtkalorienbilanz im Auge hat. In Japan ist das so, dass eine, ich sag mal Hauptmahlzeit, eine normale, das was wir hier vielleicht zum Mittag essen würden, meistens aus weißem Reis besteht, etwas Gemüse und dann noch einer Portion Fisch oder Fleisch und zwar auch ohne fettige Soßen dazu. Wenn man das vielleicht mal mit der deutschen Ernährung vergleicht, das ist natürlich, man hat bei so etwas wie einem Nudelgericht oder auch häufig bei Reisgerichten hat man auch immer sehr viel fettige Soße dazu. Oder wenn wir viel Brot essen, darauf schmieren wir natürlich Marmelade oder Nutella oder sehr fettreichen Käse und das ist natürlich noch alles ein Belag, der zusätzlich noch sehr viele Kalorien liefert zu dem Brot. Und in Japan ist das so, dass man das Brot quasi trocken ist, also den weißen Reis ohne Zusätze und wenn, dann mit sehr fettarm Zusätzen. Das ist nämlich auch der große Vorteil beim weißen Reis. Ich weiß, ist natürlich Geschmackssache, die Meinung muss nicht jeder teilen, aber weißer Reis schmeckt auch relativ gut, ganz ohne Zusatz, ganz ohne Sojasauce, ganz ohne Currysoße oder sowas. Den kann man tatsächlich auch einfach mal so essen. Das geht wirklich gut mit ein paar leckeren Gewürzen und das spart auf lange Sicht natürlich sehr viele Kalorien ein. Also drittens viel weißer Reis. Viertens, die Japaner benutzen zum Braten sehr viel weniger Öl. Da sind sie wirklich sehr viel achtsamer. Das heißt, sie bereiten sehr viel komplett ohne Öl zu oder nur mit sehr wenig Öl. Wenn man sich das nämlich mal auf der Zunge zergehen lässt, ein Löffel Öl liefert über 100 Kalorien. Wenn du jetzt also eine Pfanne hättest zu Hause, die ohne Öl auskommt, wo nichts anbrät, wo nichts anhaftet und du dir jeden Tag 100 Kalorien sparen könntest, das würde auf Dauer natürlich sehr sehr große, dadurch würdest du auf Dauer sehr viele Kalorien einsparen können. Das heißt ja auch mein Tipp an euch, falls ihr nicht so eine Pfanne habt, würde ich erstens dazu raten, so eine Pfanne zu kaufen. Ich halte das für eine ziemlich gute Investition, aber wenn ihr Öl oder Butter benutzt beim Braten, dann tut das Öl in die Pfanne oder die Butter und wischt es danach einmal mit dem Zeva aus. So habt ihr eine kleine Ölschicht, eine kleine Butterschicht. Nicht zu viel davon, aber gerade genug, damit nichts anbrennt und so spart ihr euch auf Dauer sehr viele Kalorien. Eine andere Alternative ist so ein Ölspray. Das benutze ich jetzt seit eigentlich seit Anfang an, als ich das kennengelernt habe. Das ist einfach so ein Spray. Das kann man in die Spray auch. Dadurch entsteht ein sehr dünner Ölfilm, auf dem man anbraten kann, ohne dass etwas anhaftet, aber man spart sich sehr viele Kalorien. Also Punkt Nummer 4. Die Japaner nutzen weniger Öl. Grund Nummer 5 ist, sie essen sehr viel Fisch. Fisch ist super kalorienarm und vergleichsweise hat er sehr wenig Kalorien gegenüber sowas wie Steak oder was bei uns schon mal gern so gegessen wird. Lachs ist natürlich auch etwas fettreicher, hat dadurch etwas mehr Kalorien, aber Lachs ist ein unglaublich gesundes Lebensmittel, denn die Fette im Lachs sind die Omega-3-Fettsäuren, die wir unbedingt zu uns nehmen sollten. Also egal, was für ein Fisch man isst, ob der weiß ist, ob der rot ist, man macht so gut wie nie etwas falsch mit Fisch. Und Fisch ist wirklich einer der Hauptlebensmittel in Japan. Damit macht man nie etwas falsch, sehr kalorienarm, sehr sättigend, sehr leicht verdaulich und extrem gesund. Also Punkt Nummer 5. Die Japaner essen sehr viel Fisch. Punkt Nummer 6. Sie laufen sehr viel und benutzen sehr selten das Auto. Viele haben noch nicht mal ein Auto, weil in Japan man sehr viel auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreift. Das kennst du vielleicht aus solchen Videos. Die gibt es auf YouTube, wo wirklich Bahnangestellte dafür, es gibt Leute, die sind bei der Bahn dort angestellt, nur um die Leute in den Zug hinein zu quetschen, damit so viele Leute wie möglich in den Zug passen. Das mag auf der einen Seite zwar nicht schön sein, aber das zeigt einfach, dass die Leute dort nicht viel das Auto benutzen. Und wenn man generell sehr viel geht oder häufiger mal zum Zug, zur Bahnstation geht und man generell einfach sich sehr viel mehr über den Tag bewegt und man viel läuft, dann ist das auch einfach so, dass man natürlich sehr viel mehr Kalorien verbrennt im Alltag. Jeden Tag vielleicht 3, 4, 500 Kalorien zusätzlich, weil man eben nicht das Auto nimmt, sondern schnell zu Fuß geht oder einfach nochmal zur nächsten Bahnstation geht. Und ich habe auch herausgefunden, in Japan ist es wohl eine Sitte, dass man beim Gehen nicht gleichzeitig isst. Das heißt, wenn man zum Supermarkt geht, dann ist es unüblich, dass man dabei noch etwas isst und das bedeutet natürlich auch, dass man sehr viel weniger snackt und das Snacking zwischendurch ist bei uns auch ein Grund für diese ganzen Extrakalorien, die die Japaner so dann also gar nicht aufnehmen. Also Punkt Nummer 6, die laufen sehr viel und benutzen wenig das Auto. Punkt Nummer 7, es gibt an sich auch sehr viel weniger Junkfood. Die meisten Fastfood-Restaurants haben gar nicht dieses sehr fettige, sehr kalorienreiche Essen, sondern sie servieren auch relativ unbehandeltes, normales Essen. Das heißt, es gibt dort Fisch, Reis, Gemüse, es wird generell schonender zubereitet, auch nicht mit so viel Öl, auch in den Restaurants. Und wenn man das mal mit unseren Restaurants oder Imbissen vergleicht, dann ist die Devise da eher Hauptsache schmeckt gut. Das heißt, viel Fett, viel Zucker, noch ein Nachtisch, auch mal gerne noch ein extra Löffelsoße. Und ich meine, sowas gibt es in Japan natürlich auch, ja, aber eben nicht an jeder Ecke. Es muss nicht, dort wird eher darauf geachtet, dass das Essen auch noch relativ gesund ist, normal ist, dass man normale Lebensmittel zu sich nimmt und man nicht irgendwas zusammenwürfelt, um Hauptsache etwas Gutschmeckendes daraus zu bekommen und auch die Süßigkeiten in Japan sind an sich etwas kalorienärmer. Oftmals sind das nämlich solche Rice-Cracker, die generell sehr viel weniger Fett haben als bei uns zum Beispiel die Schokolade. Das heißt, Punkt Nummer 7, es gibt dort auch einfach weniger Junkfood. Grund Nummer 8, es gibt sehr viele gesunde Alternativen überall. Bei uns ist das häufig so, nehmen wir mal eine normale Situation auf der Arbeit, die Mittagspause fängt an, man hat nichts dabei, man läuft schnell zum Rewe um die Ecke und holt sich da irgendetwas auf die Hand. Auch wenn man weiß, dass das nicht ideal ist. Und das passiert in Japan sicherlich auch, dass man sich hin und wieder mal so auf die Hand Produkte holt, aber sie sind, wenn du dich an den ersten Punkt erinnerst, A, die Portionen sind sehr viel kleiner und B, die Produkte dort sind auch einfach sehr viel gesünder. Vielleicht nicht unbedingt sonderlich, vielleicht nicht unbedingt wirklich aktiv gesund, aber sie sind sehr viel weniger ungesund. Vielleicht drücken wir es mal so aus. Wenn man sich die Produkte dort anschaut und mal guckt, wie die zusammengesetzt sind, findet man heraus, da ist nicht sonderlich viel zugesetzt worden. Das sind eigentlich nur die ganz normalen Lebensmittel in vielleicht einer Packung oder sowas abgepackt. Es ist an sich sehr viel weniger verarbeitet. Und deshalb ist es natürlich auch viel einfacher, sich wirklich gesund zu ernähren. Die Chance, dass man im Regal in Japan, wenn man sich irgendwas herausgereift, eine gesunde Alternative findet, ist relativ hoch. Und in Deutschland ist das oft so, dass man sich wirklich durch die Regale schlagen muss, jedes Lebensmittel umdrehen muss und die Etiketten durchliest, um zu gucken, kann ich das jetzt essen, wenn man auf Diät ist beispielsweise. Und da muss man teilweise schon wirklich längere Zeit investieren, um etwas zu finden, was man jetzt wirklich essen kann. Und in Japan ist das eher die Regel, dass dort einfach sehr viel weniger verarbeitete Lebensmittel gegessen werden. Punkt Nummer 9 ist allgemein einfach sehr viel mehr Aktivität im Alltag. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Leute benutzen das Auto sehr viel weniger und dadurch geht natürlich auch einher, dass sie, wenn sie einkaufen gehen, einfach häufig zu Fuß gehen, dadurch mehr Kalorien verbrennen. Und ich habe auch gehört, dass in Japan das eher so ist. Das kann ich natürlich nicht bezeugen. Das habe ich jetzt nur in diesem einen Beitrag gesehen. Es ist wohl häufig so, dass die Wohnungen sehr viel kleiner sind, dass man weniger Platz hat und man häufiger einkaufen geht. Und zwar dann also gerade quasi nur das einkauft, was man so braucht oder vielleicht noch für den nächsten Tag. Und dass es gar nicht unüblich ist, wenn man wirklich drei, vier, mal die Woche einkaufen geht. Und dadurch verbrennt man natürlich auch sehr viel Kalorien, wenn man das immer zu Fuß macht. Es ist auch so, dass wenige Leute, eben weil in den Wohnungen meist gar nicht sonderlich viel Platz ist, ist es normal, dass die Leute keinen Geschirrspüler haben. Und auch eine Waschmaschine ist anscheinend relativ selten, sodass man auch wirklich selber noch von Hand waschen und spülen muss. Und das addiert sich alles definitiv zusammen. Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Jemand, der wirklich aktiv und sehr viel Hausarbeit macht, verbrennt sicherlich 4, 5, 600 Kalorien mehr als jemand, der den ganzen Tag nur sitzt. Also vielleicht nochmal zusammengefasst. Das waren jetzt neun Punkte, damit du die alle nicht vergisst. Hier nochmal ganz kurz in der Schnellübersicht. Erstens, die Portionen in Japan sind kleiner oder besser gesagt sind angemessener. Zweitens, es gibt sehr viel grünen Tee, den man auch häufig gratis in Restaurants bekommt. Das heißt, man trinkt sehr viel weniger zuckerhaltige Softgetränke. Drittens, es wird sehr viel weißer Reis gegessen. Viertens, die Japaner benutzen weniger Öl zum Anbraten. Fünftens, sie essen sehr viel Fisch und egal ob weißer oder roter Fisch, mit Fisch macht man eigentlich nie was falsch. Sechstens, sie laufen sehr viel und benutzen das Auto relativ wenig. Siebtens, es gibt sehr wenig Junkfood generell. Achtens, es gibt überall gesunde Alternativen und neuntens, sie bewegen sich sehr viel im Alltag. Was heißt das denn jetzt konkret für dich? Was kann man jetzt daraus lernen? Ich sage ja immer, Gelegenheit macht schwach. Das heißt, wenn man nicht vorbereitet ist, wenn man keine gesunden Alternativen dabei hat, ist das in Deutschland häufig so, dass man dann, wenn man etwas essen möchte, es wirklich schwer hat, etwas zu finden, das seiner momentanen Ernährung auch entspricht. In Japan sind die Läden quasi vorbereitet. Das heißt, es ist sehr viel einfacher, eine Diät taugliche Alternative zu finden, da man einfach so viele gesunde Alternativen einfach überall hat. Hier in Deutschland ist das so, dass du eher für dich vorsorgen musst. Du musst dafür sorgen, dass du vorbereitet bist auf solche Situationen, wo du weißt, dass du dann Hunger haben könntest und etwas essen musst, aber nichts dabei hast. Das heißt, hier in Deutschland auf jeden Fall das Mahlzeiten vorbereiten sehr viel wichtiger. Das funktioniert in Japan schon sehr gut, weil die Läden an sich sehr viel gesündere Alternativen bieten. Dann, was ich auch noch wichtig finde, ist, die Leute essen sehr viel bewusster und haben natürlich sehr viel mehr Alltagsaktivität. Denn ein Spruch, den ich da gehört habe, den fand ich wirklich hervorragend und den solltest du dir unbedingt merken. Also zu Deutsch, es scheint so, dass in Japan essen die Menschen sehr viel mehr Lebensmittel anstatt nahrungsähnliche Produkte. Ja, in Japan essen die Menschen sehr viel mehr Lebensmittel anstatt lebensmittelähnliche Produkte. Das heißt, man versucht gar nicht diese ganzen Produkte, die ganzen Nahrungsmittel in etwas hochgradig, also in etwas sehr fettreiches, zuckerreiches, sehr gut schmeckendes, großes Gericht irgendwie zu vereinen, sondern man isst einfach sehr viel öfter ganz normale, unverarbeitete Lebensmittel und das auch in den Restaurants. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn du dort etwas bestellst, dann bekommst du nicht einen großen Teller mit einer Mahlzeit quasi, sondern es ist häufig so, dass du viele kleine Schälchen bekommst mit Reis, Fisch, Gemüse und den ganzen anderen Sachen und das einzeln quasi so zu dir nehmen kannst. Das heißt, die Leute würfeln das nicht alles zusammen, sondern essen ganz normal abgetrennt quasi diese ganzen, ganz normalen, simplen Lebensmittel und das hört sich schon fast ein bisschen seltsam an, wenn ich das so sage, dass das so etwas Besonderes ist. Aber ich glaube, in Deutschland ist das nämlich häufig so, dass man eher zum verarbeiteten Fertigessen greift, wo man einfach nachher nicht mehr wirklich die einzelnen Zutaten, die in diesem Produkt enthalten sind, wirklich erkennen kann. Und in Japan isst man einfach diese normalen Zutaten. Das klingt so simpel, ist aber so wichtig. Nochmal, in Japan essen die Menschen mehr Lebensmittel anstatt lebensmittelähnliche Produkte. Und damit möchte ich dich einmal entlassen, denn ich denke, dass das wirklich eine sehr wichtige Lektion ist, die wir von den Japanern lernen können. Und damit sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt. Und wenn dir diese gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Das ist vollkommen kostenlos, dauert eine Minute und damit unterstützt du mich und mein Projekt, Übergewicht in Deutschland zu bekämpfen. Du kannst den Podcast in der App bewerten, mit dem du ihn gerade hörst. Falls du nicht genau weißt, wie das funktioniert, dann gehe einfach auf www.xxl-helden.de-bewerten und du wirst zur iTunes-Seite dieses Podcasts weitergeleitet, wo du deine Rezension verfassen kannst. Also nochmal, www.xxl-helden.de-bewerten, um den Podcast zu bewerten. Danke und bis zur nächsten Episode.